Alain Berg Adalbert die Ameise fährt gerne Achterbahn Sie will mal nach Amerika mit ihrem Karawan Wenn Adalbert die Ameise Appetit und Hunger hat Dann isst sie einen Hamburger mit Ketchup und Salat Adalbert die Ameise mag auch Ananas und Waffelmus Sie ist schon fast 8 Jahre alt, fährt gerne Autobus Adalbert die Ameise ist allen sehr bekannt Und wenn sie einen Witz erzählt, dann isst es amüsant Am Abend aber sitzt sie dann wieder auf dem Apfelbaum Und spielt so schön Harmonika, dass ihr mein Hotels braucht Adalbert die Ameise prägen alten Amurak Manchmal fährt sie in die Stadt, kauft die Frauen alle lang Am Abend aber sitzt sie dann wieder auf dem Apfelbaum Und spielt so schön Harmonika, dass ihr mein Hotels kaum Und spielt so schön Harmonika, dass ihr mein Hotels kaum Du liht ab! Du liht ab! Du liht ab! Vielen Dank.